Okay, Leute, es geht weiter. Sie bewegen sich. Sie gehen zu zwei anderen Statenkis. Vielleicht sind es Tenshinant und Shao-Zu oder vielleicht Piccolo und Son-Goku-Zu. Sie kommen, sie kommen zu uns. Okay. Ja. Redet nicht so viel und kämpft lieber. Shao-Zu, bleib einfach hier. Du kannst einfach nichts. Nein, Tenshinant. Nein, ich gehe mit dir. Dafür habe ich trainiert. Ich komme mit dir. Die Nachrichten. Der Grundfied des großen Erdbebens ist völlig unbekannt. Außerdem machen wir uns große Sorgen über die östliche Hauptstadt, die als einst Epizentrum des Erdbebens gilt, da die Kommunikation im Moment zusammengebrochen ist. Sie sind also endlich hier. Sollen sie anfeuern? Wir können sie hiermit befinden. Ich würde nicht mal hingehen, wenn mein Leben davon abhängen würde. Nein, wir sollten uns auch raushalten. Es ist zu gefährlich. Sogar ich wäre nur im Weg. Wir können nur von hier aus hoffen, dass sie siegen. Ja, im Schuh, bitte stirb nicht. So, Gugu, beeil dich und komm her. Spring in die Hölle und dann bist du in... Warten wir alle. Spring in die Hölle und dann kommst du zu... ...seinem Büro. Zwölf Uhr zwanzig. Spüre eine seltsame Präsenz, die Tiere und Vögel des Landes fliehen. Zu schnell umgezogen. Zu schnell. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Wir sind viel stärker als noch vor einem Jahr. Richtig. Richtig. Danke schön. Okay, gehen wir in die Richtung ihres Kies. Paprikaödnis. Geiler Name. Östliche Hauptstadt. What the fuck? Was sagen die? Vierer Belagerung findet man das hier. Also da habe ich jetzt alle Vierer Belagerung. Ich gehe mal zu den Mädchen da oben hin. Alle sind weg. Alle sind tot. Naja, sehen wir mal in die Mitte rum. Oh. Schrecklich nicht. Geh nicht zu nah ran. Es ist gefährlich. Platonische Energie. Okay. Sag jetzt nicht, der Laden hat noch auf. Wie kannst du noch aufhaben? Ich sag's dir. Wie kannst du noch aufhaben? Ich will mir an diese Kugel untersuchen. Verdammte Scheiße. Geh mal in das Haus. Was sagt der Mann dazu? Oh. Ganz, ganz böse geendet. Okay. Ich bin so traurig. Ich glaube, da kann man später rein, wenn man bei Fenglong einen bestimmten Wunsch erfüllen lässt. Ey, das ist echt bitter. Alles zerstört. Okay. Ach ja, wir müssen jetzt die ganzen schwarzen Dinger holen. Ach, im Muskelturm gibt es... Gibt es eine Piratenhülle? Nein, da gab es nicht. Zu Glück. Da gab es nichts. Gab es da was? Ach, soll ich in diesem Part das machen? Okay. 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 Ja, okay. In diesem Part geht es los mit... ...den... ...letzten Schatztunen, die man ja finden kann. Und alle Kämpfe werden wieder rausgeschnitten, wie immer. Okay. Da ist die schon. Und... ...Chicom. Adrenalin. Heiliges Juwel. Heilig... ...Adrenalin. Damit sinkt die Zaun tatsächlich nach... ...nach Kämpfen nicht. Klingt ja geil. Okay. Und heiliges Juwel. Heiliges Juwel. Bestimmt irgendwas aus... Ach ja, die muss ich sowieso jetzt ausrüsten. Okay. Ausrüsten. So. Und... So. Und... Jetzt erhöhen wir den Angriff. Ach ja, warte, gucken. Wie hieß das Teil nochmal? Ich hab's vergessen. Irgendwas mit... Ich weiß nicht mal, wie das hieß. Aber ich finde es bestimmt, wenn ich mich jetzt... Ah. Heilig... Heilungs... Oh nein, nicht das. Irgendwas mit heilig. Okay, ich hab... Egal. Okay, ich hab's einfach mal. Ah, ja. Heiliges Juwel, aber... Teufelsarmband... Ach, Teufelsarmband... Teufelsarmband... Heiliges Juwel. Das muss mit H anfangen. Heiliges Juwel. So find ich das nicht. Das hieß doch Heiliges Juwel, oder? Okay, dann muss es ein... Okay, dann muss es ein... Dings davon sein. Dann kann es... Heiliges Juwel, wo ist das? Ach, leck mich, ich hab keinen Bock mehr. Wenn einer weiß, was das ist, bitte zu den Kommentaren schreiben. Jetzt gehen wir zu den Nächsten. Im Teufelsklo war nichts. Da war nichts. Da war auch nichts mehr. Da... Ja, da war er noch. Oder? Ich guck mal kurz nach. Aber ich denke, ich hab da eigentlich alles. Ja, ich hab dann alles. Ich hab alles. Ja, ich hab alles. Geh mal da hin. Alles mal untersuchen. Schnüff, schnüff. Ich hab alles, okay. Da hab ich auch alles eigentlich. Mutterhltes Gelände. Unser Bildplateau. Ich hab da eigentlich alles. Ja, ich hab alles. Gut. Dieses Teil finde ich, glaube ich, nie. Also den Schatz. Spinatweltnis müssen wir sowieso hin. Da müssen wir sowieso hin. Jingle Dorf. Gab es nichts. Holly Ebenen. Da haben wir eigentlich alles. Ja, haben wir. Okay. Östliche Hauptstadt waren wir. Da haben wir eigentlich auch alles. Ja, haben wir. Okay. Knallbad müssen wir noch. Da haben wir eigentlich alles. Okay, dann müssen wir hier erst In der Sandalm Okay, das haben wir jetzt dann auch geklärt Okay, da oben war es nicht Es war nicht das da Ich weiß nur, dass ich da schon durch konnte Das habe ich schon aufmachen können, oder? Ach so, ich weiß jetzt wieder, was da ist Ach, ich habe euch doch erzählt Über den Secret Boss Und das ist der Broly Und seine Gegend sind 5 Schätze Also deswegen zeige ich dir 5 Schätze an, die wir noch suchen müssen Okay Da sage ich mal nichts Bruchögnis Da gab es doch ein paar Ja, da gab es ein paar Hier zum Beispiel Ich weiß nur Okay Gehen wir mal so Ach ja, wir müssen ja auch den Roboter retten Der lag ja noch da irgendwie drin Schenglong Segen Schenglong Segen Okay Macht alle schädlichen Bereiche sicher Das ist doch mal geil Kann ich ja immer gebrochen, okay So, komm ich Da mache ich den Weg hier Der ist jetzt wie immer frei für mich Hier gibt es ja einen Hinterausgang und Vordereingang Ach so Oh, jetzt muss ich wieder alle Kämpfe rausschneiden Level 56 oder 58 ist Piccolo oder so 58 Ach leck mich Okay, wartet Okay, ich bin da draußen Es hat einen bestimmten Es hat einen bestimmten Grund Weil Der Roboter, wenn man ihn anspricht, sagt er so Nein Geh Rette mich nicht Geh Folge deiner Zukunft Mach was aus deiner Zukunft Oder so, sagt er Also Er will nicht gerettet werden Also er wird ewig verrotten Schade Ich dachte, man kann den Roboter retten Aber anscheinend nicht Und was ich noch bemerkt habe Ich kriege jetzt irgendwie nicht Gefällt mir Klicks Jetzt auf einmal Aber das hatte ich auch schon davor Irgendwie bei Nusoma 11 Ersten Part Zehn dafür Zehn dagegen Äh nein, fünf dagegen meine ich Aber ist ja nichts Neues Es gibt immer Hater Also Leute Dodo Den haben wir noch nicht gesehen Wieso bist du geflohen Du verdammter Bastard Bestimmt war es ein seltener Gegner Es gibt immer Hater Also Leute, die meine Videos nicht mögen Multirakete Und T'Challa Das habe ich schon nachgeguckt Ähm Das Das Also macht euch immun Gegen alle Status leiden So Wir haben gleich alle Schätze In dieser Region So Und so Gottes Augen Komplette Erholung Das wisst ihr sowieso Was das ist Gottes Augen Hab schon nachgesehen Verbindet schlechte Angriffe Ja ist klar Ja ist klar Gottes Augen Äh Ninja Sandalm Jetzt haben wir alle Schätze Erst fünf Aber ich guck mal extra wieder nach Ihr wisst Ich kann nicht vorsichtig genug sein Ich will echt nichts verpassen Aber eine Sache kann ich euch sagen Ich geh nicht mehr zum Mutaitos Gelände Außer wenn ich da trainiere Und wenn ich zufällig die Schatztruhe finde Dann sag ich euch was da drin ist So Ich werde da die ganze Zeit rumgehen Und versuchen diesen verdammten Perfekten Schatz zu finden Okay jetzt haben wir eigentlich alles Jetzt können wir einfach rausgehen Ich hoffe da gibt's den Ausgang Kann nicht Rausgehen Okay Es gibt ja noch den anderen Weg Ach komm Wirklich Dass sie mich irgendwie besiegen können Was zur Hölle Warum bin ich hier Habe ich jetzt extra eine Runde gemacht Man Habe ich jetzt extra eine Runde gemacht damit Ach so unnötig Zeit verschwendet Egal Wir haben gleich alle Schätze Und was ich euch schon versprechen kann ist Dass ich Bevor ich gegen Vegeta Camden Brawly Bestimmte Sachen machen muss Also genau gesagt Die Dremel suchen Und das werde ich auch machen Keine Sorge Und ich werde euch zeigen Was da alles Alles ist Ich weiß gar nicht warum Man in das Wasser gehen kann Aber egal Okay Jetzt haben wir das auch Kiwiberg haben wir Da haben wir Da haben wir Da ist ein Schatz noch übrig Da gibt es sowieso nichts Es gibt noch Spinatwildnis Und Bergfrappe Und das Komische Berg da oben Da müssen wir sowieso Später hin Wenn wir gegen Brawly kämpfen wollen Also Zu LRs Zu dem hier Dann zu Bergfrappe Okay wir sind uns oben Okay ich hab's rausgefunden Also ich hab den Schatz geholt Der Schatz ist Das hier Bester Reiskocher Tensionlands Festmungswelt wird viel stärker Standby Also Es ist wie die Leute Die gerne 150 Monster fangen wollen 150 Pokemon Sag ich nur Damit ihr Den Komischen Schatz von Gott bekommt Damit ihr 5 mal so schnell laufen könnt So Ich find's uninteressant Deswegen Mach ich das nicht Also Oben Oben Den besten Reiskocher Für die Besten Reiskocher Warum Okay hier war der Schatz Ich dachte für einen Moment Ich hab mich jetzt grad verlaufen Okay Entbohne Kombo hoch Warte mal Kombo hoch ist bestimmt Erhöhnt den Zorn Kombo Schaden Zorn Kombo Ah das brauche ich bestimmt Warte Entbohne ist Entbohne ist um Key Zu erhöhen Äh Nein Ähm FP meine ich So 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 Ach ich mach jetzt bei Sohn Gohan schon Oh So Sohn Gohan ist Sohn Gohan und Sohn Goku sind sowieso die stärksten Also in der Hinsicht dass In der Komplett Lösung In der Hinsicht wo Das in der Komplett Lösung steht dass sie Die stärksten sind Okay Okay jetzt haben wir das auch Okay jetzt haben wir das auch Noch ein kleines Stückchen Dann sind wir auch in diesem Part ganz schnell fertig mit ganzen Schatztruhen Wir finden müssen Okay da haben wir jetzt alles Schnell weiter Okay jetzt zu Spinatwildnis Wie viele Schätze gab es hier gab es hier gab es doch fünf oder so Muss man kurz gucken Muss man kurz gucken Gottes Augen Ohlons Nase Wie viele Schätze gab es Noch vier Okay Ähm So Aufgehen hab ich sowieso keinen Bock Heilungsarmband muss ich nicht erklären Das kann man sich von einem Namen schon denken Also was ich sagen wollte Dass man das schon von Namen her erkennen kann Ich muss nur drei Stück finden Aber wo sind die drei Das ist die bessere Frage Warte ich glaube ich Ah ok ich hab die gefunden Ich verarsch mich doch man Agitator Ach dann Agitator 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 Da Damit sinkt die Sonnenanzeige nach Kämpfen weniger Ok Danke Agitator Ja ich weiß Ach hier waren noch zwei Schatztum drin Hat der mich vergiftet Ok nicht Haltungsgürtel Tempo Frucht Ok Das war's Von den ganzen Schatzungen Die man finden kann Und wir sehen uns das nächste Mal Draußen auf der Weltkarte In der Weltkarte Aber Meine